Ganz klar, die Leute sind neidisch und natürlich verlogen und eifersüchtig. Verstehen sie das alles zusammen, aber mein Gott, ich meine, was kann man erwarten, wenn man ganz oben steht? Das ist wie Napoleon, als er König war. Da versuchten auch alle, ihn zu erobern. An alle Kritiker da draußen, ich weiß, ihr werdet versuchen, über mich herzufallen und mich in der Luft zu zerreißen. Ich möchte nur eins dazu sagen. Naja, ich bin nur, wer ich bin, weil ich so geboren wurde. Ich habe ein Talent und ich versuche nicht selbstsüchtig damit umzugehen, sondern es zu nutzen, okay? Und wenn ich deswegen schräg angesehen werde, ist es euer eigenes Problem, okay? Missgunst bringt euch nur befreien. Wir machen jetzt nicht mehr große... Wir machen jetzt nicht mehr große... Vielen Dank.